Wir bauen seit über 60 Jahren Schubmaßstapler und verbessern die kontinuierlich. Hier war jetzt mal möglich, ganz was Neues zu machen. Das Fantastische war, dass wir wirklich auch irgendwo im Bereich der Anordnung von Bauelementen auch vom Design hier Einfluss hatten. Das ist interessanter, weil das ein komplett Neuaufbau ist, sonst waren das immer nur Facelifts und das ist jetzt mal ein ganz neues Fahrzeug. Am Ende der Veranstaltung wird es hier den großen Knall geben und alle werden sehr staunen über das, was wir da zu bieten haben. UNITED mornings UNITED UNITED Das ist einfach das, was mich einfach hertreibt und wo ich sage, das bringt Spaß. Wir sind die Pionierer in der Lise-Mine-Technologie in unserem Geschäft. Die Wünsche, die wir schon immer gehabt hatten, konnten wir in diesem Projekt wirklich fast uneingeschränkt realisieren. Der größte energieeffizienter Verbraucher. Ich glaube, das Ding steht eigentlich wie eine Bombe. Der größte energieeffizienter Verbraucher.